Ja, verfolgt jetzt hier eine Zelle und hier hinter mir sieht man die ganzen Chaser stehen, die jetzt gerade gekommen sind, die waren südlich und ich bin jetzt Richtung Westen gefahren und das Ding rotiert. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, ein bisschen rüber gehen. Ist jetzt alles ein bisschen provisorisch, es regnet ein bisschen, die Zelle zieht Richtung Norden, also man hat kein Problem hier. Im Süden ist klare Luft, es ist blauer Himmel. Die Zelle ist wahrscheinlich nicht mehr, weil es sonst noch nicht mehr ist. Vielleicht wollen wir uns auch mal auf den Laufenden und dann kommen wir nach 5 Minuten oder so. Ja, das ist ja wirklich ein bisschen signort. Ja. 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 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020